Konnichiwa und herzlich willkommen zu Japan Hot Na. Viele von euch fragen sich, wie es so ist, in Japan zu leben. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme euch mal mit auf eine Tour meines neuen Apartments, damit ihr sehen könnt, wie so ein normales, modernes, japanisches Apartment aussieht und wie es sich von einem Deutschen unterscheidet. Let's go! Das hier ist der Eingangsbereich meiner japanischen Wohnung und der ist in zwei Teile geteilt. Dieser Teil hier ist der Genkan, der Außenbereich. Und von hier ist die Grenze und das hier ist der Innenbereich der Wohnung. Bis hier sind die Straßenschuhe und ab hier dann nur noch Hausschuhe oder Socken. Und das ist das Besondere an einer japanischen Wohnung oder einem japanischen Haus. Es ist nicht so wie in Deutschland, wo, naja, manchmal sieht man so die Straßenschuhe an und manchmal nicht und, und ich meine, ihr kennt das ja. Aber hier in Japan wirklich ganz klar, Straßenschuhbereich bis hier, das ist die Grenze, ganz klar abgegrenzt. Und ansonsten würde ich sagen, ist ein japanischer Genkan nicht so anders als ein deutscher. Wir haben hier Schuhboxen, Kleiderhaken, wo wir unsere Taschen aufhängen aus irgendeinem Grund. Und ansonsten, ja, nicht viel. Unsere Schlüssel sind hier, ein paar Fotos und andere Sachen aus Urlauben und solchen Sachen. Direkt neben dem Eingangsbereich befindet sich hier unser Schlafzimmer. Ich zeig's euch. Unser japanisches Schlafzimmer ist eigentlich gar nicht so anders als ein europäisches Schlafzimmer. Wir haben hier ein Doppelbett, genau wie Deutsche das auch haben würden. Unsere Bettwäsche ist von Ikea. Wir haben Vorhänge und einen Schrank, der hier in Japan eingebaut ist. Das Praktische an japanischen Wohnungen ist, man muss selber keine Schränke kaufen, weil genug Schränke in den japanischen Wohnungen vorgesehen sind. Das einzige, was unterschiedlich ist an diesem Schlafzimmer im Vergleich zu einem deutschen Schlafzimmer ist das Ding da oben. Nämlich unsere Klimaanlage. Und die läuft im Winter, weil es kalt ist, um zu heizen und im Sommer, wenn es heiß ist, um runter zu kühlen. Weil die Temperaturen, besonders hier in Nagoya, die können ganz schön unangenehm werden innerhalb der Wohnungen, weil die nicht gut isoliert sind. Und deswegen Klimaanlage ist unser Freund. Auf der anderen Seite des Eingangsbereichs befindet sich hier das Badezimmer und das Klo. Die sind in japanischen Wohnungen sehr oft getrennt. Das hier ist eine Schiebetür, die öffnet das Bad. Und dann könnt ihr sehen, in einem japanischen Bad ist es anders als in einem deutschen Bad. Die Waschbecken, die sind normalerweise immer hier als so Unit mit Spiegel und Schränken. So eingebaut. Daneben haben wir unsere Waschmaschine. Auch sehr cool, weil die Waschmaschinen haben eigentlich immer einen vorgesehenen Platz, wo die hingestellt werden. Und die haben so eine Plastikwanne, damit, wenn mal irgendwie Wasser überläuft oder sowas, das direkt in einen Abfluss fließt und nicht die ganze Wohnung überschwemmt wird. Unsere Waschmaschine ist übrigens eine der sehr neuen Varianten, die vorne eingeladen werden und eine Trockenfunktion haben. Aber die meisten Japaner waschen immer noch mit Waschmaschinen, die von oben beladen werden. Ohne Funktionen, sogar ohne warmes Wasser. Da wird alles mit kaltem Wasser gewaschen. Ich muss sagen, ich bin kein Fan davon und habe mich immer in Japan gefühlt, als würde ich irgendwie noch im letzten Jahrhundert leben, wenn ich Wäsche waschen musste. Weil ich immer das Gefühl habe, die Wäsche wird nicht sauber. Dann haben wir das, was hier ein japanisches Bad auszeichnet, nämlich so ein Unit Bath. Also, wenn man hier die Tür öffnet, das hier ist alles Dusche und Badewanne in einem, komplett aus Plastik gemacht, verkleidet als Box, kann alles nass werden innen drin. Und genauso funktioniert das in fast allen japanischen Wohnungen. Eigentlich sehr praktisch, muss ich sagen. Ich persönlich bade fast gar nicht. Das heißt, wir verwenden unsere Badewanne fast überhaupt nicht und benutzen nur unsere Dusche. Aber viele Japaner, wie ihr vielleicht wisst, baden jeden Abend und deswegen haben die meisten Wohnungen Badewannen und Dusche. Wobei viele von den kleinen Wohnungen heutzutage auch nur noch Duschkabinen haben. Auch sehr cool an japanischen Duschen sind die Spiegel, die immer eingebaut sind, damit man sich anschauen kann, während man duscht. Und die meisten Japaner duschen im Sitzen. Und deswegen gibt es dann solche Hocker, damit man sich hinsetzen kann vor seinen Spiegel und sich dann abduschen. Wie gerade vorhin erwähnt, direkt neben dem Bad ist die Toilette und hereinspaziert. So sieht unsere Toilette aus. Für eine japanische Toilette ist die hier recht, naja, weiträumig. Dann haben wir hier das Klo mit unserer wunderbaren Fernbedienung. Und ich habe ein extra Video über die japanischen Toiletten gemacht. Das könnt ihr euch da anschauen. Hier packe ich es hin, damit ihr alles über japanische Toiletten erfahrt. So, das nächste Zimmer meiner Wohnung ist dieses hier. Das ist mein Arbeitszimmer. In meinem Arbeitszimmer gibt es nicht nur meinen Arbeitsbereich, sondern wir haben in dieses Zimmer quasi alles gepackt, was wir nicht wollen, dass so rumsteht und überall gesehen wird. Und deswegen haben wir hier mein Klavier hingestellt, die Handeln von meinem Ehemann. Dann ist das hier mein wunderbares Arbeitsbereichreich, wo ich jeden Tag mehrere Stunden damit verbringe, Videos zu editieren und auch an meinem Tourismusbusiness zu arbeiten. Außerdem hier Takas, noch mehr Muscle Training, yay! Und eine große Yogamatte, die ich auch gerne benutze. Und dann haben wir hier noch mehr eingebaute Schränke. Wirklich praktisch, wie gesagt, in japanischen Wohnungen. Und dann kommen wir jetzt zu unserem letzten Zimmer, das Wohnzimmer. Unser Wohnzimmer ist vermutlich mein allerliebstes Zimmer, einfach weil es so groß und weitläufig ist. Und ich würde sagen, es ist am ehesten noch sehr europäisch und überhaupt nicht japanisch. Aber bitte sagt es mir in den Kommentaren, wenn ich damit falsch liege. Unser Wohnzimmer hat eine unglaublich große Couch, einen Sofatisch, einen großen Fernseher, wie das alle Deutschen auch gerne haben. Und ansonsten ist es einfach gemütlich. Das allerliebste an meinem Wohnzimmer ist übrigens dieser Daruma. Den haben wir auf einem Daruma-Festival gekauft. Der soll Business, Glück bringen und außerdem Gesundheit und die Familie beschützen. So einen Daruma hat man für ein Jahr. Und wenn das Jahr vorbei ist, dann malt man dem sein zweites Auge und dann wird der arme Kerl verbrannt. Und als Dankeschön, dass er einen beschützt hat. Und dann kauft man sich einen neuen. Und der hat hier bei uns in der Wohnung einen Ehrenklags. Wir haben in unserer Wohnung übrigens einen Staubsaugroboter. Einen iRobot Dumba. Und ich glaube, die sind in Deutschland auch sehr beliebt. Und hier in Japan auch. Ein paar andere coole Gadgets in unserer Wohnung, die wir vor kurzem gekauft haben, ist einerseits dieser Water Server, der heißes und kaltes Wasser spendet. Japaner lieben Water Server, nicht nur in den Firmen, sondern auch privat. Alle sagen, es ist das allerpraktischste, weil man hier in Japan leider das Leitungswasser in den meisten Orten nicht trinken kann. Also man kann es schon trinken, aber es schmeckt leider überhaupt nicht. Und deswegen trinkt es keiner. Das andere, was wir vor kurzem gekauft haben, weil mein lieber Ehemann sich eingebildet hat, wir brauchen das, sind diese Mülleimer. Und die gehen mit Sensor. Wenn man da hier so drüber hält, dann geht es auf. Und wenn man... Huch! Genau, dann geht es auf. Und wenn man wartet, dann geht es wieder zu. Braucht man das? Keine Ahnung. Es ist ein gutes Spielzeug. Unsere Küche, würde ich sagen, ist schon sehr japanisch. Einerseits haben wir keinen Ofen, sondern nur so einen kleinen Fischgrill hier, den ich übrigens nur benutze, um Brot zu backen, äh, Brot zu toasten. Andererseits haben wir hier auch einen Gasherd. Wenn man den mal hier anmacht, dann kann man sehen, dass da Gas rauskommt. Und auch noch sonst würde ich sagen, die Küche ist relativ klein. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie sehr japanisch. Es gibt natürlich keine Spülmaschine. Das gibt es in Japan gar nicht. Das benutzt niemand aus irgendeinem mir total unerfindlichen Grund. Weil ich hasse Spülen. Aber Japaner anscheinend spülen überhaupt kein Problem. Und, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, was ich über diese Küche sagen soll. Außer schaut sie euch an und erzählt mir, was ihr anders findet an einer japanischen Küche im Vergleich zu einer deutschen. Der allerletzte Bereich in unserer Wohnung ist dieser Tatami-Mattenraum. Da kann man kaum noch was von den Tatami-Matten sehen, weil wir einen riesigen Teppich drüber gelegt haben. Aber normalerweise sollten Tatami-Mattenräume leer sein und nichts beinhalten. Natürlich ist das in einer kleinen japanischen Wohnung einfach nicht möglich. Und deswegen ist das hier unser zweiter Arbeitsbereich slash Esszimmer. Ich habe für euch jetzt noch ein paar extra Informationen zu meiner Wohnung. Die Wohnung befindet sich im Zentrum von Nagoya und ist deswegen nicht so wahnsinnig günstig. Es gibt natürlich viele Wohnungen, die um einiges kleiner sind als diese hier. Und wie ihr schon wusstet, sind wir vor kurzem von einer kleineren in eine größere Wohnung umgezogen. Weil es für uns beide, die wir zusammen zu Hause arbeiten, einfach zu klein geworden ist. Ich würde sagen, japanische Wohnungen in Großstädten, so wie Nagoya und Osaka, sind ähnlich teuer wie Wohnungen in Großstädten in Deutschland. Wobei Tokio nochmal ein ganz anderes Level ist. Also so eine Wohnung in der Größe könnten wir uns in Tokio absolut gar nicht leisten. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu meiner Wohnung habt, dann fragt sie bitte in den Kommentaren. Ich werde beantworten, wenn sich das anbietet, noch irgendwie ein Short drehen oder sowas. Wenn ihr irgendwas spezifisch wissen wollt. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, einmal Daumen hoch drücken und diesen Kanal abonnieren. Ich freue mich, euch in meinem nächsten Video wiederzusehen. Bis dann. Tschüss!